Willkommen bei Entsorgung und Recycling Stadt Bern. In der Stadt Bern sammeln wir Kehricht und Wertstoffe getrennt. Mit unseren Tipps trennen Sie richtig, denn das ist wichtig. Haushaltskehricht wird zweimal in der Woche von der Kehrichtabfuhr abgeholt. Er wird in blauen Gebührenzecken vor dem Haus bereitgestellt. Noch besser wäre es, wenn Sie ein Container für die Lagerung und Bereitstellung der Gebührenzecke verwenden. Brennbare Gegenstände, die nicht in den Gebührenzeck passen, werden ebenfalls mit der Kehrichtabfuhr abgeholt. Dazu gehören etwa kleine Möbel oder Besen. Diese werden zu den blauen Gebührenzecken oder neben den Containern gestellt. Sie werden mit einer Kleinsperrgutmarke gekennzeichnet. Die Marken erhalten Sie im Laden. In der Altpapier- und Kartonsammlung werden reine Papier- und Kartonprodukte gesammelt. Plastifiziertes oder auch verschmutztes Papier kann nicht wiederverwertet werden. Deshalb wird es im blauen Gebührenzeck entsorgt. Altpapier und Karton werden gebündelt bereitgestellt. Oder Sie entsorgen sie ganz bequem, lose im Container. Den Papier-Container können Sie bei uns bestellen. Auch in den Entsorgungshöfen und an manchen Sammelstellen in den Quartieren können Sie Ihr Altpapier kostenlos entsorgen. Abfälle aus dem Garten sowie Rüstabfälle und Speisereste entsorgen Sie in der Grüngutabfuhr. Wenn Sie möchten, verwenden Sie die kompostierbaren Bioabfallsäcke mit dem offiziellen Gitternetzaufdruck. Alle anderen Plastiksäcke, auch die recycelbaren Einkaufssäcke kommen in den blauen Gebührensack. Die Grüngutabfuhr kommt einmal in der Woche. Für die Grüngutabfuhr benötigen Sie einen Container. Sie können ihn bei uns bestellen und anmelden. Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Hashtag gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen?